ARD Text im Auftrag von Funk das wird nichts weil ich meine Karotte an Kopf Aua du bist fast tot herzlich willkommen zu neuen Folge Feed the Beast Ja jetzt sind wir hier Karotten Und ich esse mir erstmal ein fettes Steak so Oh ein fettiges oh ja fettige Nudeln Wow Nudeln Und wir haben uns überlebt Entschuldigung dass Torben jetzt zu mir kommt Nein Sir Nein der Kreddy zu mir kommt Oh der Kreddy Der Kreddy Kai Warte warte ich muss Frame Drops Scheiße So ähm ich muss mein Inventar aufhören Ja ich hab nicht so viel drin Wenn nicht Ja komm ich schmeiß einfach mal alles rein Da ist noch Kreddy's Riesenloch Big Glory Hole Ja Wer Glory Hole nicht versteht Der sollte es mal googlen Dann reden wir weiter Ähm ich nehme mal Holz mit Du hast doch dich irgendwo hochgedraben oder? Da gehen wir wieder runter Äh ich weiß nur nicht wo Doch ich weiß es noch Ich weiß es nicht Ähm ich nehme jetzt mal Holz mit Ne Workbench Und wie gesagt wir haben ja jetzt diese geile Automatic Workbench Wo ich hier den Stift reinlegen kann und Torben kann ihn wieder rausnehmen Ähm Weil ich ihn drinnen liegen lassen hab Stift If you know what I mean Ja stiftig So dann kann man ganz einfach seine Materialien verräumen So dann kann man ganz einfach seine Materialien verräumen Hehehe Oh und der andere hat dann die Arschkarte und dachte wieder auf Haha So geil Also Also Oh wir haben hier Masoretis Tin Dust Also dann ab in den Tin Generator nein Tin Generator Du brauchst einen Tin Generator Jaja Tin Penitrator So Ähm ich bräuchte nochmal ein bisschen paar Sticks Und ich will mir ja gleichzeitig auch noch ein bisschen Wolle besorgen um hier ein Backpack zu craften Backpack 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 Ich weiß nicht welcher das war den ich mir craften wollte Den hier aus Stein Stein Und zweimal Wolle Okay dann Aber ich muss dafür farbige Wolle nehmen komischerweise Auf jeden Fall dann kommt der Credox jetzt Yes Moment please I will machen Fackeln Einem noch dabei Fackeln zu machen meine ich Okay ich hab jetzt nochmal die Musik nachgepegelt Ich hoffe dass sie richtig ist Übrigens ähm Wenn du Fackeln Gute Idee für Fackeln Ich brauch auch noch Fackeln Ja ich mach grad zwei Stacks Oder auch nicht Äh warte da Kriegst das Oh mir geht das ja noch gar nicht oder? Nein gehts noch nicht schade Zack Bitteschön 23 Fackeln Und wenn du Sachen aus dem Ofen rausnimmst Nicht mit Shift rausnehmen sondern einzeln rausnehmen Okay Weil dann gibts manchmal Erfahrungen Kannst du? Hab ich gehört Ja, warte, ich... Ja, scheiße, Tin. Gehörr, we're da. Tin tue ich mal jetzt hier in die Workbench rein. Warum auch immer. Und jetzt ist ein bereit. Jetzt do you running after me. Äh, Moment, wir schlafen jetzt nochmal erstmal. Genau. Gibt es eigentlich auch Keys-Stufen? Weil du so viel... Ah, Moment, ich darf nicht nach Stairs suchen, ich darf nur nach Stufen suchen, weil ich die deutsche Version habe. Komischerweise kann ich nur nach deutschen Begriffen suchen. Ja, ja, das ist je nach Strafe... Äh, je nach Strafe abhängig. Wie der Chat einfach voll witzig ist. Respect to life. Ja, Moment, Moment, Moment. Ähm, wie heißt es? Achso. Nein. Jetzt kommst du ins Bett, ich will schlafen. Es ist schon spät. Warte, hä, hä, Stein brauch ich dafür. Okay. Okay, das sieht... Das sieht gut aus. Das muss ich nachher dann machen. Und wir haben keine Tür. Ich weiß. Cheatare stand da gerade über deinen Kopf. Das ist voll komisch, du hattest eine Sprechblase über deinem Kopf. Wieso das? Ja, schreib du mal was, dann hast du auch eine Sprechblase über deinem Kopf. Der Mod heißt Jet Bubbles. Okay, ähm, aber ich brauche mal kurz Stein. Wieso haben wir eigentlich das Erz von hier oben nicht eingeschmolzen? Ähm, keine Ahnung. Ja, ich glaub, das ging nicht einschmelzen. Aber das Eisen... Das ging nicht einschmelzen, super. Ferrerot. Kann eigentlich... Ja, warte, da machst du Tin. Stimmt, oh ja. Dann mach ich hier jetzt mal eins, zwei, drei von denen. Ich will auch noch was machen. Ja, warte, die drei sind ja schnell gemacht. Okay, das geht nicht. Und übrigens, unser Generator arbeitet gerade gar nichts, sondern alles diese... Ja. Badbox. Die geile Badbox. Geile. Und wir haben jetzt schon insgesamt 80.000 Energie gespeichert, da wir oben eine Badbox haben, die voll ist, und hier unten eine. Das sind 2 mal 40.000, also 80.000. Ja, und du hast Zin da reingelegt. Ja. Tin, das, das kommt jetzt da rein. So, dann so. Nein, nein, ah Gott, das kommt ja gar nicht. So, so. So. Ach, ich muss dran denken, dass ich euch in den Mesorator erst angucken. So, und ich hab jetzt was richtig Nices, was ich oben hinstellen werde. So, also ich bin jetzt wieder bereit, immer noch. Bereit, 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 bereit. So, du schaust dir das jetzt hier da oben jetzt erstmal an, weil ich zu faul, weil ich gerade... Automat, Project Table, wie geil ist das dann? Voll episch, geil. Okay, geil. Gutes Ding, ja. Gute Idee. Und vor allem ist das geil, weil wir da auch von draußen drauf kommen und deine Hand steckt durch die Wand durch. Wow, meine Hand steckt durch die Wand durch. Ich brauch noch Holz. Oh, hier ist schon wieder Weizen fertig. Ich hab Weed. Ja, Weed hast du immer. Pst. Du bist hier unser, unser Graser. Graser. Aber ich kann dich nicht schlagen durch die Wand, schade. Ich find's gut. Und ich brauch Holz. Ich bin ein Holzer. Du wirst ein Harzer. Ein Holzer. Harzen tun die Bäume. Holzen tu ich. Ähm, können wir jetzt mal zur Höhle gehen, bitte? Oder in die Höhle? Das wär voll gut. In the cave. Ich glaub, ich hab's da schon mal was davon gehört. Eben, das klingt, das sieht eigentlich richtig geil aus, dieses Game, aber ich bin zu faul. Ne, ich will's mir nicht holen. Und du hast hier irgendwie das komisch gebaut und da bist, hey, du bist da unten rausgekommen. Hm? Du hast da dann was zugebaut, als nachdem du rausgekommen bist. Nein, ich bin hier irgendwo, ich hab mich, glaub ich, ähm, hm. Ja, gute Frage, ob ich mich hier rausgebracht habe. Ja, wir könnten in der Folge schauen, aber dazu haben wir jetzt gerade keine Lust, keine Zeit und keine Alles. Ich hab mich hochgegraben, ich weiß es ganz genau. Ja, ich auch. Ich bin dann hier irgendwo rausgekommen. Ja eben, ich weiß, dass du am Fuß des Berges rausgekommen bist. Ja, aber das hab ich, hier war doch nur ein Schwieperloch, das hab ich doch nicht zugebaut. Oder? Ich war ja selten blöd, wenn ich das zubauen würde. Ne. Ne, hier ist nix. Äh, mach ich das kurz wieder zu. Ja, du wolltest den Eingang irgendwie markieren, hattest du gesagt. Ja. Aber ich dachte auch eigentlich, dass du hier irgendwie... Eih, da zwei, what? Ach, shit, meine Waypoints sind wieder weg. Äh, die sind doch weg, weil ich hab mir die Waypoints ja auf dem anderen, auf unserem Bucket-Server gemacht. Und deswegen, das läuft ja über die gleiche IP. Und deswegen sind die Waypoints bei mir auch weg. Ah, Mist, Alter. Das ist wahrscheinlich bei dir auch. Das heißt nur, dass du dich da runtergegraben hast und dass ich da sicherlich nicht runtersprengen werde. Ähm... Hast du Leitern dabei? Nein. Ähm, okay, dann lass diese Folge jetzt nochmal kurz was anderes machen. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge dahin, dann gucke ich in der Folge nochmal kurz nach. Ja, gut, dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Ja. Die Erde, die sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Und ich mach mal hier die Treppe gescheiter. Also nix gegen dich, die sieht gut aus, aber es geht besser. Ich hab's gefunden. Was? Den Weg. Ja. Echt jetzt? Komm her, du hast schon zugebaut. Ah. Hier stand Cobblestone. Hier ist er, ja. Yay. Hallo Weg. Da ist gleich Tim, den du übersiehst. Voll fett, Alter. Ja, ich hab mich doch nur nach Hause gebaut. Ich weiß, aber du rennst jetzt auch voll dran vorbei. Pst. Tue ich gar nicht. Das merken die Leute doch nicht. Doch. Ja. Tun sie. No, they don't. Yes, I do. Yes, I do. I do. I do who? X7, I do. X7, I do. Ah, hilfig. Hab geschossen. Scheiß Skeletto. Da ist gelert. Gelb. Boah, shit. Wie ich wieder, wie ich wieder übelst wenig Leben habe und nix zu essen. Hast du was zu essen? Äh, ja, hab ich. Essen, 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 essen. Cookie. Cookpock. Ja, ist das. Kartoff, Cookpock. Wo ist die Schlucht? Du hattest dann von der Schlucht gesprochen. Ja. Folge mir. Ach, da, doch, da runter. Ich muss gerade das Tischchen, wo meine Maus steht, muss ich kurz mal vorscheiben. Scheiben. Oh, hier sieht's gut aus. Ach, nee. Hier ist es gar nicht. Hier ist nur Lava-Höhr. Jetzt ist es wieder nach oben. Hey, eigentlich sieht man das auch auf der Minimap. Ja. Wo die Schluchten sind. Und die muss irgendwo links von uns sein. Ja, wenn ich zu weit ne. Nee, wir müssen einfach geradeaus weiterlaufen. Und da ist die Schlucht, das sieht man. Bum, 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 bum. Das sieht man irgendwie ja voll. Mist, ich hab aber nicht so viel Essen dabei. Das ist schlecht. Ich hab's doch gefunden. Und noch was da. Oh. Zack. Was ist das? Was ist das? Was denn? Ach, das sind immer so komische Teile, die stehen da immer rum. Aua. Sorry. Das kann man nicht abbauen. Aua. Ich weiß, dass es verschwindet. Ja, okay. Ah, Hilfe. Das Wasser. Hier war die Schlucht mit den unglaublich vielen Sachen. Oh, ja. Wir brauchen diesmal Racken. ...zuerst... ...äh, eine Wand rum. Wo? Die ganzen Sachen. Alter, ich lege ein bisschen. Das ist... ...ein leicht bescheuert. Das ist ein leicht bescheuert. Ah, Scheiße. Ich hasse diese Kristalle hier. Die hast du als Fackeln, glaube ich, verwendet gehabt. Ja. Ah, ja. Joa. Wie kommt man nur da runter? Das ist halt übelst geil, die Höhle. Bück mal allein an die... ...äh, da geradeaus, da leuchtet es überall einfach nur. ...zup, zuck. Scheiße, ich habe einen Enderman angeguckt. Wo ist der Scheiß? Da! Zombie, Zombie, Zombie! Ah, Creeper, Creeper! Achtung, Achtung! Au! Nein, ich lebe noch. Halb. Wohlgemerkt. Hey, wir können doch den Enderman fertig machen, zu zweit, oder? Ja, Moment. Ich komme hier. Komm hier! Ja, der kommt nicht. Der ist dumm, ich hasse ihn. Der ist zwar sauer auf mich, ich höre es, aber er kommt nicht. Oh, oh Gott. Alter, wie laut! Nein, nein, oh, er ist tot. Oh, Alter, diese Sounds gehen ja mal gar nicht. Oh, oh, er ist voll laut, ich muss die Geräusche sofort leiser stellen. Shit. Ich habe ihn, nee, oh Gott, Hilfe. So. Hey, hier sind so kleine Federmäuse. Die sind voll nervig, die kann man nie treffen. Oder man trifft sie nur schwer. Also, ich treffe sie häufig. Ich leuchte mal kurz hier ein bisschen aus. Ich treffe sie häufig in den Höhlen. Hei, 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 hei. Hei, hei, hei. Zack, und da schwachst nichts. Herr ist aber weg. Tschüss, Creeper. Da hat's grad so'n Creeper weggeschwem- äh, weggeschwemmt. Hihihi. Hihihi. Voll witzig, wenn's so ein Creeper an dir vorbeischwemmt, so ein Creeper. Hallo, tschüss. Ach shit, erschreckt mich nicht so von Scheiß. Ey, hier so ein Skeleton, das von oben... Ey, da ist ein Creeper, den hat's zu mir gerämmt, dein Creeper. Zwei Schläge, der ist tot. Da denk ich mir nur, what the fuck, overpowered. Was hast du denn das für ein Schwert? Ich hab's ein Maragd-Schwert. Hab ich auch. Aber ich hab auch noch nie gegen den Creeper gekannt. Ah ne, das ist dieses Xichorium, dieses leuchtende Zeugs. Aber ich mag auf jeden Fall dieses Zeugs, weil daraus kann man dann später Lampen machen. Und die sind dann farbig und die sieht voll geil aus. Oh mein Gott, farbige Lampen? Müssen wir aber erstmal in Neta. Neta. Ja stimmt, wir können mal ein bisschen Obsidian-Farm. Warte mal, kann man mit einer Smaragd-Spitzhacke das auch bauen? Jo, geht. Wir sollten hier übrigens mehr Fackeln anbringen. Äh, ich bring genug Fackeln an, du gehst nur in die falsche Richtung. Nein, ich geh in die Höhe. Ach so. Okay. Zack. Oh, wir haben einfach hier so viel Eisen. Ja, und vorher hatten wir Eisenprobleme. Oh ja. Stellt sich das vor. Aber ich glaube, das brauchen wir auf alles. Ja, vieles zumindest. Und wir brauchen vor allem Tin und Copper. Copper. Ja, das auf jeden Fall. Zack, da noch. Da sieht es mir sehr nach Uran aus. Und da ist irgendwas lila, da ist noch ein lilaner Schad. Okay, gut. Und ich habe noch einen kleinen Versteck noch rumgefunden. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Klein und versteckt. Wow. Oh, man. Rarwe. Sag ich da immer nur. Alter, ich kann nicht mehr schwimmen Konntest du noch nie Ja, das stimmt auch wieder Aber das ist eine andere Geschichte Okay, sorry Wieso habe ich da Erde hingesetzt? Okay, sorry Wieso habe ich da Erde hingesetzt? Oh, es gibt ja einfach nur so, so viele Rohstoffe, aua, ich wurde geschlagen Ja, das Problem ist, ich habe schon mal Ich habe schon eine Folge, die heißt So viele neue Erze Ich habe Monazid-Ohre, habe ich jetzt Silber-Ohre Tin-Ohre Eisen-Ohre Eisen-Ohre Monazid-Ohre Aluminium-Ohre Leard-Ohre Leard-Ohre Was ist das? Keine Ahnung Irgendwie habe ich das Gefühl, die da kommen immer doppelt Obwohl ich so viele wieder in der Playlist habe Dass es gar nicht sein kann Ah, Hilfe, 15 Minuten Uhr Hat man das gehört? Ich glaube schon Ja Auf jeden Fall ist 15 Minuten Uhr wieder vorbei Oh, ich habe es gerade noch so geschafft, ins Wasser zu springen Oh, der Quatsch Marble, was bringt dir Marble? Marble ist Marble halt Marble ist glaube ich, wie heißt es jetzt? Quarz Ah, nein, 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 Marmor Ja, Quarz heißt Marmor, äh Marble heißt Marmor Ähm, also 15 Minuten ist noch vorbei, Junkien Ja, ist mir doch egal Da oben Weil, weil es hier so toll ist Hier finde ich voll viel Marble Also wir können uns bald ein Marmorhaus bauen Vorsicht, da ist ein Enderman Hallo Mr. Anderson Oh Gott, den Witz ist mittlerweile auch hier da Was? Der Witz Nein, scheiße, er hat sich halt gepottet Wo ist er? Scheiße, scheiße, scheiße Also im Notfall hinter dir Wo ist er hin? Aber nur im Notfall Wir müssen viele verschiedenfarbige Psychiorien sammeln Hey, ich will hier sammeln, geh weg Aua, nicht hauen Nicht hauen, ich habe nichts getan Ja, das auch Ähm, da ist noch was Boah, einfach so viele Rohstoffe Die Folge heißt wahrscheinlich Rohstofftraum oder sowas Schluchten sind gefährlich, heißt die Folge Wie ist es so? Keine Ahnung Weil ich es gesagt habe Okay Notiz an mich, Schluchten sind gefährlich Du hast irgendwie Glas kaputt gemacht Nein Dingens da, wie heißen sie? Du hast so einen kleinen Britzeldinger abgebaut Ja, Quarz Britzeldinger sind scheiße Doch, sie können also fucking reagieren Stimmt Aber sie tun mir immer weh Das ist eine andere Geschichte Dafür können die Britzeldinger nichts Doch Ey, übrigens, wir müssen jetzt die Folge beenden Fällt mir gerade mal ein Dann geht's weiter in der nächsten Folge Selbe Stelle, selbe Welle Oh je Auf Wiedersehen